Hallo, ich bin die Kathrin Stiller, ich bin Werbegrafikerin und habe mein Büro in meinem Laden. Eigentlich gehe ich nur nach dem Auge. Also ich gehe auf die Messe und alles was mich anspricht oder was ich selber kaufen würde, das bestelle ich danach. Und vor allem nordische Sachen. Die meisten Sachen sind aus Dänemark, weil mir der nordische Stil so gut gefällt. Ich lege einen sehr großen Wert auf regionale Produkte oder schöne Sachen aus der Region und wenn man sowas unterkommt, dann habe ich das natürlich auch bei mir im Geschäft. Eine Spezialität sind die Grillsaucen aus Amerika, die langsam angefangen haben, aber schon ihre Liebhaber mittlerweile gefunden haben, die sie immer wieder nachkaufen. Eigentlich sind es Leute, die auf der Suche nach einem Geschenk sind oder nach einem Mitbringsel oder sich selber die Wohnung ein bisschen pimpen wollen mit irgendwelchen schönen Accessoires und eben aber auch Leute, die grafisch von mir was brauchen, also Visitenkarten oder ähnliches. Der Laden ist im Moment am Mittwochvormittag und Donnerstag, Freitag und Samstagvormittag geöffnet, weil ich eben an den anderen Tagen die Werbegrafik nach wie vor von daheim aus mache, dass ich es alles unter den Hut bringe. Und das Ziel ist dann einmal ein Team aufzubauen, dass man irgendwann den Laden sechs Tage die Woche aufrecht erhalten kann, dass Bades und Donnerstag zu bringen ist. Finden tut sie mich in der Arbeitsgasse in Halle in der verwinkelten Altstadt. Ist ein bisschen schwierig zu finden, aber wenn man es schafft, dann wird man viel Freude haben.